Ja, zuerst einmal muss ich sagen, wir freuen uns sehr über diesen Sieg. Wir haben nach dem Spiel in Marseille einige Veränderungen bewusst vorgenommen, aber manche auch machen müssen. So ist Petrov und Beka Beka nicht zur Verfügung gestanden für dieses Spiel. Und somit mussten wir zwei Veränderungen machen, die wir wollten, und zwei, die wir nicht unbedingt wollten. Und somit kann ich sagen, haben wir heute wirklich nochmal alles aufgeboten, was irgendwie noch eine Idee gebracht hat für uns. Deswegen haben wir dann mit Zinovic auf der neuen gespielt, ganz neuen Spieler auf der Position. Und wenn ich dann sehe, wie gut unsere jungen Spieler Zinovic, Babkin und Hudja im Tor, wie gut diese drei das heute gemacht haben in dieser schwierigen Situation, dann muss ich sagen, tolle Jungs. Wir haben heute als Mannschaft das gut gemacht, aber die drei ganz jungen muss man dann schon hervorheben. Und heute möchte ich Ihnen sagen, dass wir unsere drei молодige Spieler, drei молодige Spieler, drei молодige Spieler. Das sind Zinovic, Babkin und Hudikov-Vorotov. Das sind die Leute, die uns heute geholfen haben, die uns nicht interessiert haben. Und heute haben wir heute nur sehr dankbar. Und heute möchte ich Ihnen sagen, dass ich Ihnen auch nur die Werteilung. Aber heute möchte ich Ihnen sagen, dass heute eben die Werteilung war und die Werteilung war. Markus, начнем с простого. Wir sagen, dass Beka Beka nicht bereit war, aber Beka, Beka nicht bereit war. Aber Beka war auf der Liste. Er hat aber davor schon nach dem letzten Spiel gezeigt, dass er sehr kaputt ist und Probleme hat. Und beim Aufwärmen hat er dann nochmal gesagt, es wäre nicht möglich ihn einzuwechseln. Ich hatte gehofft, dass wir ihn vielleicht zur Verfügung haben, aber leider konnte ich ihn dann nicht mal einwechseln. Das Problem ist, dass er mit Marseille mit Marseille war, dass es nicht gut ist. Und wir wünschen uns, dass die zwei Tage die Situation alles besser wird. Aber ich habe noch einmal mit ihm gesprochen, sehr viel auf ihn betrachtet. Aber wie gesagt, dass er nicht bereit war, dass er nicht bereit war. Es ist sehr schwierig, diesen Abwehr zu öffnen. Wie ist Ihnen gelungen, zwei Tore heute zu Ende? Ja, ich habe der Mannschaft gesagt, wir müssen auf die Momente lauern, wenn der Gegner nicht organisiert ist. Und in diesen Momenten in Rücken der Abwehr zu kommen, um dann über Eingaben von außen zum Abschluss zu kommen. Der Schlüssel heute war aber, dass wir defensiv sehr gut gestanden sind, dass wir nichts zugelassen haben und auf unsere Chance gewartet haben, bis wir dann zuschlagen konnten. Aber es ist wichtig, dass wir heute eine gewünschte Eingabe sind. Wir haben ihnen nicht gewartet, wir haben ihnen gewartet, wir haben sie in Kontra-Igabe. Und wir haben unsere Chance gewartet. Wir haben unsere Chance gewartet und unsere Chance gewartet. Jetzt ist eine Zimliche Pause. Aber es ist normalerweise fast. Es geht schnell. Wie planen Sie für den Auspust, wenn Sie aus der Auspust kommen und wenn Sie bereit sind? Wo machen wir unser Winterlager? Ich muss sagen, dass ich noch nie eine Winterpause so herbegesehen habe, wie diese. Ich kann sagen, dass ich noch nie ein Winterpause noch nie habe, wie diese. Ich kann sagen, dass ich noch nie ein Winterlager hatte, wie diese. Das sagt alles über die Schwierigkeiten, die wir hatten in dieser Vorrunde. Deswegen bin ich jetzt erstmal sehr froh, dass wir das mit einem Sieg beenden konnten. Wir werden uns Anfang Januar mit der Mannschaft treffen. Hier in Moskau machen wir eine Medizin-Checke. Und dann nach Marbella gehen wir in den Training-Lager. Für mehrere Wochen. Und dann mit einem vollen Kader mit gesundes Spielern, wunderschönlich mit einer vollen Kader geschlossen. Auf eine Rückrunde vorbereiten, auf die ich mich sehr freue. Jeder Trainer hat das Recht, zu sagen, was er möchte. Wenn man ganz neutral dieses Spiel betrachtet, waren wir einen Tick besser als Ufa heute. Aber es war ein schwerer Kampf. Aber es war eine schwierige Behandlung. Und mit der Mannschaft, die wir heute zur Verfügung haben, haben wir alles aufgeboten, was wir konnten. Aber dass wir in irgendeiner Weise bevorzugt wurden von den Schiedsrichtern, das bringt mir eher ein Lächeln ins Gesicht. Und wie sie es aufgeboten sind, können wir es aufgeboten, was wir jetzt aufgeboten haben. Vielen Dank. Es lässt sich nicht in Prozent sagen. Aber es ist schwierig, dass wir viel mit der Mannschaft gearbeitet haben in den letzten Wochen. Ich kann sagen, dass wir in den letzten Wochen mit der Mannschaft mit der Mannschaft mit der Mannschaft gearbeitet haben. Wir mussten aber viele Kompromisse machen. Wir mussten viel mit der Mannschaften aufbauen. Ja. Wir konnten wenig Training machen, aufgrund von den Spielen mit Euroleague, Englisch Woche, Woche für Woche. Und ich mich freue mich auf eine komplette Vorbereitung mit dieser Mannschaft. Dann werden wir grundsätzlich ein ganz anderes Gesicht zeigen. Also zum Abschluss würde ich gerne noch etwas sagen. Ich möchte mich auch im Namen unserer Mannschaft bei unseren Fans bedanken. Ich möchte mich auch im Namen unserer Mannschaft bei unseren Fans bedanken. Für alle Anhänger für Lokomotiv war das eine schwere Zeit. Für alle Angehörige für Lokomotiv war das eine schwierige Zeit. Wir werden alles dafür tun, dass wir in der Rückrunde besser aufgestellt sind. Wir werden sicherlich nicht mehr in diese schwierige personelle Situation geraten. Wir machen alles, damit wir in der zweiten Runde besser aufgestellt sind. Und deswegen einfach ein großer Dank. Und ich wünsche allen mit ihren Familien zusammen schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freue mich auf ein Wiedersehen im Januar. Ich wünsche euch das lieber, dass ich meine Werte begrüßen und aufgerissen. Ich wünsche euch immer ein Wort an. Und ich wünsche euch alle Werte und freue mich neben mir schwer zu sein. Ich wünsche euch allen Werte und fühle mich uns gerade hart. Und ich wünsche euch allen als sehr gut an. Ich wünsche euch auch allen Werteig-Juggen. Ich wünsche euch eine gute Verteidigung für alle neue Eid nanbericht. Und wir werden mit denen z escannend von neuen Werteidig. Untertitelung des ZDF, 2020